So und wieder geht's direkt weiter mit Trackmania 2 Canyon mit meinem Co-Kommentator. Heute wieder... CrazyNatsu! Ja, also, gut. Ich würd sagen, wagen wir uns nochmal in den Looping. In den Looping. Oh, oh. Ich war wieder nicht so gut, oder? Ich hab die Schwierigkeiten in dem kleinen Canyon, in der kleinen Runde. Und jetzt geht's ab in den Looping, und... Wird er erschaffen, wird er erschaffen, oder... Er nimmt den Schleidergang. Schön, schön nach unten. So, das ist extrem cool aus, grad. Die Landschaft soll mir vorbeiziehen. So, jetzt mal nochmal die Kurve auch. Sehr gut genommen, muss ich sagen. So, jetzt wieder First Person, und dann geht's da rein. Immer schön links halten. Ja, perfekt. Sehr gut. Und jetzt diese schöne Schleiderstrecke. Uuuuh. Ach, deswegen sieht man's nicht. Weil du wahrscheinlich da hinten den Damm sprengen würdest. Hm. Kann sein. So, ja. Das war wirklich nicht so ne schwere Strecke. Obwohl das schon die nächste Schwierigkeitsstufe ist. Das heilt nicht, ob ich... D2. Hallo. D02. D02. D2 ist wieder... Ja. Ne Minute lang jetzt. Anscheinend gut. Dann... Wieder mal ne längere Strecke, wo's... Äh, ja. Nicht nur ne Lupin gibt. Eine Rechtskurve gefolgt von einem Sprung. In einer Linkskurve, in einer anschließende Rechtskurve. Und dann, äh. Ja, wieder ne Linkskurve. Mit Scheinewälfern beleuchtet oder... Nee. Mit Pfeilen! Duntuntuntuntunt. Oh, 3 Beschleidungsstreifen. 3 Beschleidungsstreifen. Okay. In einem überfetten Sprung. Woah. Woah. Extrem geil. Und... Bist noch lange nicht vom Ziel, ne? Ne. Verschallt nicht. Aber ich kann's doch schaffen, oder? glaube ich war es das ist fette etwas ich kann es noch schaffen, verdammt ja, das geht, das geht nee, ich glaube kaum, dass das noch geht hier ist schon das Ziel da links so, gesellen wir uns zur Goldmedaille jetzt aber next round ja, das ist ein gesteigter Qualm oh, oh, na, na, na bitte die unsichtbare Mauer ja, die hatten wir im Freudenpart gar nicht, oder? naja ab und zu läuft sie uns mal über den Weg oh okay, verdammt gib Gas, du wirst Spass oh, 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 wird das knapp, oder? ja, das perfekt checkpoint, Pfeile wenn jemand das dreht und wendet, das sind immer die Pfeilfamilie die Pfeilfamilie, was aussieht sie werden die Erde übernehmen hm, du bist vorne das war ich die letzte Runde auch und dann hat es mich wieder geholt oh oh, Jesus oh und da geht er baden du drehst dich immer noch weee naja, das ist so wirst du schon mal wieder eine Wäsche nötig du bist nur wieder vorne ja, hier du fasst einmal an und dann dein 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 Heck ist komplett kaputt so also also echt Spielmechaniken darf man nicht verstehen wollen, oder? nee du kannst lernen, falsche Kalilium ist du 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 oh falsche Musik, oder? ja, das war oh ja, das wusste ich oh ich glaube diesmal ja, diesmal schleierst du dich raus woops da versicke ich ja das ist kein der Schande ich will nicht mehr und bist du wieder 0,09 vorne? nee, 0,008 okay aber du hast die Kurven besser gemeistert okay das sieht auch sehr gut aus naja oh was zum oh wieso musst du immer so viel Stunts machen? ich weiß es nicht Bonuspunkte das ist doch der Sinn der Bonuspunkte ja ja, jetzt nicht nein Copyright geschützte Musik verdammt, schon wieder die Pfeile nein alles kommt zusammen gut, ich wurde angerufen aber das war jetzt schätzt ehmal nicht so wichtig ich kann auch noch als Rückrufen also täh so, dann müssen die 5 Minuten die 12 Minuten Nebauer vorbei sein hab ich überhaupt den Timer gestartet? hab ich den schon hmm, 0,6 Sekunden, oder? oh du bleibst vorne oh oh oh, die Pfeile ja, immer diese Pfeile wieder Copyright geschützte Musik äh, ich muss das leider jetzt wegdrücken weil, äh, ich hoffe es ist mir nicht böse äh, nein, da muss ich irgendwie bremsen oder so, hä? so, wie zur Hölle wie zur Hölle so, wieviel, wie lang glaubt's denn eigentlich noch hier? ja äh, eine Minute steht da aber der Timer ist nicht gestartet also, äh ja, Entschuldigung, wenn das ein bisschen kürzere Part ist, was ich glaub aber, äh, ja ich muss mal zurückrufen und schauen, was da los ist ich schau einfach mal, wie lang der Part ist und vielleicht sehen wir uns dann gleich wieder oder dann im nächsten Part äh, bis gleich oder bis zum nächsten Part so, ja, äh, es geht doch schon noch weiter äh, schönes Meer, äh ja, und schon über eine Minute an der Strecke dran, ne? mh, müssen wir noch starten so wieder mal im Canyon ja, das sieht mir schon eher so nach einem Canyon aus aber nur ein bisschen äh, ja ja puh, muss man dazu was sagen? ne, ich hab jetzt schon seit zwei Minuten oder so nicht gespielt, also oh verlernt man das schon mal mhm oh ja ich sag's dir, diese Wände so so ich komm wieder ähm ich denke, dafür ist die Wand nicht gedacht nö sicher nicht keine Ahnung, was das los ist ja ja da steht auch, wie lang wir, wie lang wir schon gewand sind naja hier wird die Geschwindigkeitsanzeige naja hier wird die Geschwindigkeitsanzeige na dann ich schau wieder ja du könntest ja vielleicht mal abkürzen hier durchs Wasser oder so ja oh, ich glaub dann kommst du nicht mehr hoch, oder? ne oh ne eine Minute naja ok, beim Sprung müssen wir dann beim grossen Sprung ein bisschen abbremsen sind wir schon zweimal da an der Deckel am Kopf hm so unendlich ja das sieht gut aus das sieht immer noch gut aus na, das sieht sogar sehr gut aus jup wie bremst der ab? boah ja kack egal, du hast es geschafft nur noch den Part hier ja, 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 ja ne ooooh das war denn das im Schluss hat nichts an dürfen, um so Ethan zu haben oder? hm, ne jaaaass oh, das ist nun mal ein bisschen hier rückwart ich mein, etwas ja wenigstens noch eine Sekunde hinten anstatt so 3 oder so ja so, na gut jetzt weiß ich ungefähr ne, ich bremse gar nicht ab, oder? oh, jetzt bist du sogar 10 Sekunden vorne äh, ich mein 3 0,10 Sekunden im grossen Sprung muss man nicht abbremsen da muss man einfach nur kurz von der Gas-Taste runtergehen oh, das hab ich den ersten Tube nicht genommen jetzt brauch ich glaub ich gar nicht abbremsen irgendwie irgendwie ja sogar mit nem Frontflip geil hui das war absicht ich glaub äh, ja es gibt unsichtbare Wände aber keine unsichtbaren Straßen wie gemein äh, welche davon bist jetzt du? haha ja voll das soll man mal einprägen hier so jetzt aber normal die Kurve fahren so, gerade runterspringen mehr oder weniger so, jetzt hier wieder nach rechts so, wieder nach links hier so ein bisschen runter vom Gas das und nochmal nach links so jetzt hier so das machen und dann hier so ja, das muss man so machen und äh, ja so gedacht, oder? ja, klar noch fertig so äh, gibt anders gar keinen Sinn doch keiner ist das vom Himmel gefallen also ja, ich glaub das wird ne, ich darf dann nicht driften eigentlich am Anfang ok, bei der letzten Kurve nicht driften dann passt das schon so, jetzt müsste der Timer gleich wieder sein Maul aufreißen ja ich wusste es Mist ok, nicht driften das geht jetzt hm, hm, hm wiii ja ok wir gehen nochmal baden BÄM ja waa 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 he, du fahrst ja immer noch 7 6 5 4 3 2 3 1 uh, du hast noch einen Meter geschafft uuuh tschüss bis zum nächsten Part Gott.